Wo müssen wir denn zu Karlsruhe? Wo zum Fick bist du? Feinde, immer Feinde, wo sind Feinde? Sieht hier wer Feinde? Ich seh hier keine Feinde. Kann ich hier? Also Karlsruhe. Da drüben. Gehen wir mal dahin und schauen wie weit sie in dieser Zwischenzeit gereist sind. Äh, fucking weit. Junge, wie soll ich zu dir kommen, wenn du die ganze Zeit vor mir wegläufst? Ah gut, sie ist noch da. Hä, wir gehen Katzen helfen. Also falls du rassistisch... Ne, warte, sie kann gar nicht rassistisch sein, oder? Sie mag ja mich. Hm. Ne, warte, so funktioniert Rassismus gar nicht. Nur weil du eine Rasse gern hast, musst du ja nicht die andere gern haben. Oh, wir sind wieder hier. Beinen. Und ich liebe das warme Wasser. Ich mag Segenweh mit jedem Satz mehr. Tag, Jungs! Ich, ich bin hier. Ich bin der, der wichtig war. Wenn... ... sucht. Da ist es. Aha. Meine Heimat. Hast ihr jemals die Fertigkeiten eines Kajid-Kriegers braut? Wäre es mir eine Ehre, mit euch zu reisen. Bis dahin. Hier. Das ist für euch. Als Zeichen meines Dankes. Ihr habt schon jemanden, der euch begleitet. Oh. Nein, ich betrüge dich nicht! Hä? 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 Schnell weg! Schnell weg! Äh... 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 Was machen... Was wollen wir eigentlich machen? Christinaabee... ... ... ist mir ganz klar? Viel zu stark... Äh... Äh... Joa... Ist relativ nah machen wir. Easy. Easy go'n. Nein, kommt nicht in meine Richtung Wenn ich zu nahe zu euch komme, dann Wollt ihr mich töten? Tschüss, Argo Nein, war Mike Guter alter Maik Erinnere dich bitte nie, du bist so ein Vollidiot Ich sehe hier nur Berg Du musst oben den Berg herum gehen Um deine Bestimmung zu finden Ah ja, danke Wäre ich jetzt nie drauf gekommen Stimme der Vorhersehung Jägers Mann Jägers Frau Schön für dich Was für ein scheiß Jäger bist du, der dein Vieh erlegt, aber nachher nix davon mitnimmt Ich sehe mal dein Pferd Das ist jetzt mein perfektes Pferd Kapiert Du kannst ja das andere nehmen Oder du kannst da dumm rumstehen Ist mir egal Ne, ich mag das mehr Komm Steig auf Solche Reisen zu unternehmen Die Weiten von Himmelsrand zu durchqueren Hat mein Herz stets mit Begeisterung erfüllt Das sind eigentlich alle Pferde gleich schnell in diesem Spiel Ich benutze das Pferd überhaupt Sie benutzt das Pferd gar nicht Ich gibt ne Mod Für Follower Besteigen Tiere Nicht die Saat von Besteigen Igitt Junge Denk nicht so pervers Hast du's Den greift mein Rostel an Willst du's Nee Nee, gut, lassen wir uns in Ruhe War auch ne dumme Idee, ne Gut, was haben wir Hier ist so alles Hier ist so Ruinen Ruinen Ruinenmüll Ruinenbrunnenmüll Haufen Haufen Shit Und mit's Lüft Mit's Ulft Oh, Entschuldigung Ich meinte natürlich mit's Ulft Nicht mit's Lüft Ach, das Ding ist nachher eben noch ausgestohlen Okay, verpiss dich, Halbpferd Ich brauch dich eh nicht Ich hab genug Freunde, Junge Also, was läuft hier Was Babidi babidi buh Was Bücher Wadforschungssprede kill Wie viele Seiten hat es nicht so viel Auf der Gavoros Der Rat hat von dem Mangelnvorschub Beide über die Mangelnvorschub Vernommen Sechs Besonderes Waren zu erfahren Das soll ja Spezifikation Für den Volksgrad Verkommen falsch Waren Gesamt Der Binnenkong Lava hat unermüdlich gearbehalten Der Rat ist sicher, dass Die neue Kristalle Und Bedürfnissen Sprechen Wird hier mit Werdet ihr beauftragten Kristall an Scherde zu bringen Neue Labe zu holen Und dann verzüglich Für den Bericht zu erstatten Der Rat festigste Rat Dass ihr den Kristall Persönlich zum Mokul abbringen Werdet Und dass ihr keine weitere Komplikationen geben wird Erst das ist dann Irgendwat Uronel oder so Ah ja Nun denn Auf ins Getümmel Ach, es war zweimal Weil sie drauf gestanden ist Okay, macht Sinn Äh, wo? Ah, vorne Sonst noch wat Mehr von eurer Sorte Ich werde euch ausmerzen Töten Töten Entschuldigung Jawohl Ich werde euch alle töten Denn ihr müsst sterben Denn ihr müsst sterben Ihr seid nur maschinell Ihr seid nicht aus Fleisch und Blut Das ist die Heilung Ich muss aber die Flammen haben Töten 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 Das verstehe ich nämlich Nämlich irgendwie nicht ganz Äh, welche Richtung Äh, welche Richtung Verdammt Entschuldigung Tschuldigung Ich weiß noch, wie ein Taschenlieb einmal versuchte, mich auf der Straße zu berauben. Als ich Düsterklinge zog, hat der Arme sich in die Rüstung gemacht. Ihre Geschichten sind witzig. Total. Ich lache mich zu Tode. Eine richtig unterhaltsame Frau. Sie sollte Komediantin werden. Die erste witzige Frau. Das ist voll sexistisch. Ist mir scheißegal. Oh, ich hasse euch. Brenn! Komm in meine Flammen, damit du besser brennen kannst. Oder sie töte dich. Ach, ihr seid doch alle Papussis. Huch. Ach, scheiß Karusse. Okay, du schlägst. Ich brenne. Guter Plan. Guter Plan. Ist er gegen einen Stein gelaufen oder hat sie ihn wirklich so schnell getötet? Kommst du? Ich brauche dich als Fleischschild. Ich meine... Äh, als... Kämpfende Partnerin. Hundertprozentig. Du bist nicht nur mein Fleischschild, der hier ist, damit ich nicht so viel abkriege. Nee. Nee. Auch den Hund, den unbesiegbaren Hund, den ich hatte, der war... Der, den habe ich geliebt. Aber nicht diese Dinger. Und tot. Noch Ena? Nee, gut. Das Adepte-Tor. So offen wie zuvor. Hier drinnen. Hier schenke ich dir. Und sag nie, ich gebe dir nie was. Immer weiter. Kinder Dungeon. Tag. Tag. Hey, ich bin auf eurer Seite. Aber ich laufe dir ins Feuer, weil ich sehr klug bin. Verhaltet die Mauern im Auge. Diese Sphärenkonstrukte können von einem Augenblick zum anderen auftauchen. Hm. Gut erkannt. Oh, hallo. Ich mag dich sehr gerne. Willst du bitte mit mir Kinder haben, damit ich ganz viele kleine Menschenpfeile habe? Das passiert, wenn man erst darüber nachdenkt, was man gesagt hat, nachdem man es gesagt hat. Lernt von mir, Kinder. Lernt von mir. Seid nicht so rich. Seid besser. Seid klüger. Seid stärker. Aber es spielt auch den ganzen Tag Skyrim. Und weiter unten. Ein Alchemie-Labor. Ein massives Metall. Und eine Adepte-Tür. Uh, kann ich den direkt... Ah, nee, warte. Das war ein Alchemie-Ding. Nicht ein Zöbetisch. Ich brauche neun Obsidian, nee, um einen Zöbertisch zu machen. Das stimmt, glaube ich, meine Crafting-Recipe nicht ganz. Egal, ich werde dich wohl noch sehen. Du bist mir ein bisschen zu langsam, um ehrlich zu sein. Ah, ich vergesse es immer. Komm, komm doch. Komm. Komm, schlag härter, schlag mehr. Tu, uh. Uh, du bist hinter mich gepeleportet. Nicht schlecht. Ein guter Schachzug. Doch dieser wird dir nicht viel bringen. Zum Glück fangen sie nicht mehr plötzlich an, einen Mann zu greifen. Ich musste ca. 10 Mal draufstehen, dass das funktioniert hat. Okay. Oh, das wäre jetzt zu lustig gewesen. Kann ich's anzünden? Nee. Klar, wieso sollte ich auch Kohle anzünden können? Ja, du kommst ja auf Ideen, Junge. Bist du ein bisschen dumm, oder was? Bedeppert. Kohle in die Kammer nicht anzünden. Das ist absolut unmöglich. Ach, fickt euch, Falmer. Leckt mich. Leckt mich. Da fällt mir ein dummes Lied ein. Und zwar eines, das, von dem ich am liebsten kotzen würde. Ich sing das jetzt nicht, den niemand kennt, denn es gibt gar nicht. Das ist halt nur so eine dumme Frau, die uns Aufzeitskompetenz beigebracht hat. Beigebracht. Jetzt weiß ich, wie man das dumme Lied singt. Aber keine Ahnung. Oh, nicht schlecht. Aber keine Ahnung. Wie ich gut auftreten kann. Ach so. A day well spent. Du kannst auch... Viel grösser bin ich eigentlich. Ich bin fucking winzig. Ist das nur bei Ächsen so? Letztes Mal war ich ja so winzig. Ich hab doch die... Kann ich meine Größe einstellen? Ich habe vom Tod genug für drei Leben gesehen. Aber eines guten Kampfes werde ich nie überdrüssig. Was haltet ihr davon... Hattling, motherfuck. Vielen Dank.